Hallo, Vögelchen! Ah, verstanden! Dann bringt mir das Ding auch nichts. Die Viecher sind gegen Donner-Immun! Ich glaube, ich nutze es der Harner eher als Limit, um kurz zu heilen. Okay, die haben viel HP. Feuer! Limit heilament! Yay! Warte, 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 warte Und den Barrel könnte ich eigentlich nur mal angreifen. Ich habe nur bei Klaug das Element im Moment dran. Weil ich nur ein Element habe. Ähä. Auf dem Ding, nein, auch die sind immer zu teuer. Eis, Zauber, Eis. Hey, hab ein Grill, das Viecher. Oh, komm. Wo war's das? Das war's. Tada, da, 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 da. So. Hm, die Zau. Okay. Was zur Hölle? Warum ist hier ein Makro-Reaktor? Was soll das denn jetzt? Und natürlich sind hier Gegner. Woher erkenne ich mich für ein bisschen viel? Da hat's noch ein Exilometer. Was zur Hölle? Zauber! Wenn du irgendwas überlebt machst, dann gehe ich auf alle. Schwach gegen Wind. Irgendwas Windmäßiges? Wir haben das hier. Die haben gestorben. Ja, ich stell was extra. Wie führt ein Wachstum? sondern eine Zeitstelle! Ich bin ja verlockt, zu trainieren. Ähm, ja, ähm, Zeug ist da rein. Was zum Teufel? Okay, ähm, Machtschlag. Oh, was war denn, bitte? Eis? Gift halten? Nein, nicht, ich nicht will. Jetzt habt ihr beide aus dem Ingang, wenn wir da. Ist schonmal weg, klaue! Oh, komm. Oh, ich würde sagen, Eis gegen die Viecher. Was ist das denn effektiv? Schön, schön. Lalalalalala. So, Eiltrank. Ähm, kann ich da rein? Nein. Ist hier irgendwas? Das sieht nicht so nah aus, nur Kämpfe. Wuhu. Das sind mir eindeutig zu viele. Wut? Das ist das. Und das ist das... Nichts? Ich bin von dem. Ich bin von dem, dann von dem Faden. Oh komm What? Die kleinen scheiß Viecher machen so einen übrigen Schaden Was zur Hölle? Ähm Was keine Heilung So Klingenstrahl Ich sollte aber beide töten Bands Ich hab eine Haut an Juhu Ich nicht Okay Das sieht nur so aus als wenn man da lang laufen könnte Okay Okay Dann gehen wir runter Hm Gut die Musik gefällt mir schon besser warum auch Was Was ist das für ein Viech wieder? Ja 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 Ähm Bitte lass mich raten Ja 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 Ist klar Ähm Achso ich kann nur das begleiten was gerade im Bild ist Cool Was natürlich sehr sinnvoll ist Da 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 Ja Da 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 Jetzt weiß ich auch warum ich so viel ähm Weich mitnehmen sollte Ähm Objekte Ähm Ähm Ordnen Ähm Was bis hier wenn ich je nach Typ ordne? Ah so ist das schon besser Ja Ich habe immer noch diese Anzeige Okay ich frage einfach nicht warum ich das noch habe Hm Oh Barrett hat das jetzt gerade nötig gehabt Ähm Moment Wo geht's Geht's da lang? Da geht's lang Haha Das ist doch bestimmt irgendwas Ah jetzt sind wir wieder hier Natürlich Ah Der Gegner Die Die Ich geh mir auf den Sack. Komm, leck mich, Schieber. Es ist egal. Ich lasse Kisten, ich stehe nur im Versus. Dann wechseln und isst mir doch mal Lattes. Die haben einen Stau. Ja. Hm, aber ich hab irgendwas für Schieber. Nee, in Final Fantasy X hat sie, glaub ich, ein bisschen mehr an. Ich wollte grad überlegen, hat sie hier das meiste an von den bisherigen Teilen, die ich gespielt hab? Noch ein Heidrank, wohoo. Ich kann mal das grad anders machen. Mit dem Zauber. Wir hatten das meiste Barret, der hat aber... Ach. Kleine zurück. Geh mal da lang. Hier ist ja gar nix. Unnütz. Geil. So. Ich hoffe mal, wenig Kämpfe jetzt. Dass ich wieder speichern kann, weil langsam geh mir die MP aus. Ich hab keinen Bock, die ganzen Äthers zu verballern. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das war die falsche Beschwörung. Ich tippe immer, dass das nichts bringen wird. Nicht gegen ihn, nicht gegen ihn. Ja. So verschwindet man übrigens MP. Als ihr es noch nie gesehen habt. Gott. Natürlich gegen den Tahirb. Das ist ja auch das. Schon logisch. Arrrggggg. So ein Mist. und das reicht nicht im ernst ich krieg noch nicht mal was dafür was auch nächstes mal flüchtig das ist ja sinnlos wenn ich nicht mal was dafür krieg jetzt muss ich mich aber hier ja komm scheiß drauf zwei etaren ja la 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 und wetten ich kann mich gleich heilen ich hab doch immer so ein schönes glück ja bin ich blöde achso ich muss die gleise wahrscheinlich weiter lang gehen supi total unnützig ja du bist ein arsch komm scheiß drauf ich hab immer so ein limit macht schlag na komm lalalalalalalalala hattel noch damit auch was gegen gegen ist rett ein Shiver bitte ist sowieso kill Und... BAMS! Okay, mit euch! Also, der noch sehr nützlich! Oh, Allah hat bei... Ja, eben ist ab. Das ist geil. Damit kann ich jetzt öfters auf alle heilen zaubern. Ich muss mich da hoch und kann ich weiter... Ich kann hier weiter gehen. Okay. Blalalala. Aha! Ein Speicherpunkt. Ja, wir müssen das Menü. Soll ich hier Schluss machen oder soll ich noch ein bisschen weiterspielen? Wenn ich jetzt Schluss mache, könnte ich anfangen zu rennen. Hm. Überrennen ist langweilig. Ich geh noch ein klein bisschen weiter. Guck mal, vielleicht komm ich noch auf die Weltkarte wieder. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.